Warte, Hatz, das ist ein hübscher, hübscher Hut. Muss ihn tragen, sonst werde ich fleckig wie eine Banane. Verstehe, wäre ja forschter, wenn deine Banane fleckig wird. Hier in der Karte, warte, wir haben ein interessantes Gespräch geführt. Hey, Hatz, erzähl einem doch auch mal, wie du Samen bläst. Du hättest so gewiss, wenn ich mich auf die Erde feuchtet. Aha, und sag ihm, wie das geht. Na ja, ich steck meinen Finger in die alte Mutter Erde. Und wenn der Trocken wieder rauskommt, hole ich meinen Schlaf raus und spritze ab. Und dann? Und dann lege ich den Samen sorgfältig ein. Sorgfältig? Wieso sorgfältig? Na ja, wenn du das Zeug rumschleuderst, dann vergeudest du die Hälfte. Habt ihr gehört? Wenn du deinen Samen rumschleuderst, vergeudest du die Hälfte. Faszinierend. Gehen wir. Nein, langsam, langsam. Was hättest du von Büschen hört? Tja, ich schnack den vollen Busch. Wie Gott ihn gewollt hat. Ich find sie geschroren besser. Und du, Erlan? Wir gehen. Mach's gut, Herr. Mach's gut, Jens. Warum machst du das mit ihm? Ach, mich haben wir sie? How're you doing? Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020